Ein Kredit für einen Hausbau oder Kauf ist für die meisten Menschen sicher die größte Schuldenaufnahme ihres Lebens. Bei den heutigen Immobilienpreisen muss man selbst ein durchschnittliches Haus oft 30 oder 40 Jahre lang abbezahlen. Aber wer weiß, wie sich die Wirtschaft bis dahin entwickelt? Die Zinsen? Der eigene Beruf? Ich bin Müni von transparentberaten.de und heute rechnen wir mal durch, wie man mit Sondertilgungen schon nach gut 10 Jahren seinen Kredit los wird. Am Ende zeigen wir euch auch noch einen Trick, wie ihr trotzdem kein höheres Risiko eingehen müsst. Außerdem analysieren wir, ob es überhaupt die klügste Vorgehensweise ist, seinen Kredit vor Ende der Laufzeit abzubezahlen, bleibt also wie immer bis zum Ende dabei. Kurzer Transparenzhinweis am Anfang. Wir sind eine Firma und bieten Tarifvergleiche und persönliche Beratung in Sachen Versicherung, Finanzen und Altersvorsorge an. Wir versuchen trotzdem immer alles möglichst objektiv zu erklären. Wenn ihr denkt, dass uns das mal nicht so gut gelingt, dann schreibt uns euer Feedback gerne in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema, wie man einen Immobilienkredit schneller zurückzahlen kann. Versuchen wir mal, ein typisches Szenario durchzurechnen. Eure individuellen Werte weichen davon sicherlich deutlich ab, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Nehmen wir als Rechenbeispiel zwei Eltern mit Kindern. Das durchschnittliche Netto-Haushaltseinkommen für Paare mit Kindern betrug im Jahr 2018 5.490 Euro. Dieses Paar möchte nun ein Haus für 500.000 Euro kaufen. Sie haben genügend Rücklagen für die Kaufnebenkosten gebildet, also etwa 75.000 Euro, allerdings nicht ausreichend, um auch einen Teil des Kaufpreises zu finanzieren. Sie entscheiden sich also für eine 100% Finanzierung, das heißt, sie leihen sich die gesamten 500.000 Euro als Kredit. Da sie auf Sicherheit achten, entscheiden sie sich für eine Sollzinsbindung von 20 Jahren. Die anfängliche Tilgungsrate, also der Anteil des Kredits, den sie im ersten Jahr zurückzahlen, beträgt 2,5%. Die Bank bietet ihnen dafür einen Sollzins von 1,68% an. Die Laufzeit des Kredits beträgt damit 30 Jahre und 6 Monate bei einer monatlichen Zahlung von 1.741,67 Euro. Wie geben die beiden ihr Geld jetzt insgesamt aus? Nach Zahlung ihrer Kreditrate bleiben ihnen noch 3.748 Euro pro Monat. Für Anschaffungen, Auto, Lebensmittel, Urlaub und was man sonst noch so braucht, geben sie jeden Monat 2.000 Euro aus. Von den übrigen 1.700 Euro zahlen sie 200 Euro in die Riester-Rente, legen 800 Euro für größere Anschaffungen und Notfälle zurück und sparen noch einmal 700 Euro in ein festverzinstes Sparbuch, ebenfalls für ihre private Altersvorsorge. Wenn man dieses Modell jetzt für die ganze Kreditlaufzeit weiterrechnet, dann haben die beiden während der 30 Jahre insgesamt 139.912,81 Euro Zinsen gezahlt. Eine ganze Menge also. Aber hier haben wir noch nicht die Sondertilgung berücksichtigt. Sondertilgungen sind Extrazahlungen, die ihr normalerweise einmal im Jahr leisten könnt. Das heißt, alles, was ihr zu diesem Zeitpunkt zahlt, senkt die Restschuld des Kredits, also auch eure gezahlten Zinsen und die Laufzeit. Das bedeutet aber auch, dass die Banken über die Laufzeit insgesamt weniger Geld einnehmen, weswegen sie das nicht so mögen. Ihr könntet also nicht einfach, wenn ihr eine Million auf der Straße findet, von heute auf morgen euren Kredit abbezahlen, ohne nicht Strafzahlungen zu leisten. Oft ist es aber möglich, 5% der Kreditsumme jedes Jahr extra zu begleichen, ohne Zusatzkosten zahlen zu müssen. Das steht aber auch nochmal ganz genau im Darlehensvertrag. Schaut da also genau hin. Manchmal kostet die Option auf Sondertilgungen nämlich extra. Ganz wichtig auch, die Sondertilgung könnt ihr zahlen, müsst aber nicht. Ihr könnt also Jahr für Jahr wieder schauen, wie eure finanzielle Situation aussieht und ob ihr euch eine Sondertilgung leisten könnt. Wie sieht es aber mit unseren Mustereltern aus? Könnten sie die Sondertilgung leisten? Schauen wir uns nochmal ihre Ausgaben an. Die 2.000 Euro Konsumausgaben möchten wir mal nicht anfassen. Im Idealfall soll ja ihr Lebensstandard nicht sinken. Aber was ist mit dem Rest? Die Riester-Rente könnten sie für die Dauer des Kredits aussetzen, also beitragsfrei stellen. Nach Abbezahlung des Kredits können die beiden die Riester-Zahlungen auch wieder beginnen. Auch auf Altersrücklagen könnten die beiden einige Jahre verzichten. Die Gewinne des festverzinsten Sparbuchs werden von der Inflation leicht aufgefressen. Und außerdem geht es ja um die Abbezahlung des Hauses, was ein wichtiger Pfeiler jeder Altersvorsorge ist. Bleiben noch die 800 Euro für größere Anschaffungen und Notfälle. Unseren beiden Eltern ist Sicherheit schließlich sehr wichtig. Aber auch dieses Geld stecken sie mal in ihr Haus. Später sagen wir euch noch einen Trick dazu, wie sie sich trotzdem keine Sorgen machen müssen. Wenn also alle drei Posten das Jahr über angespart werden, haben sie zum Zeitpunkt der Sondertilgung 20.400 Euro zur Verfügung. Wie entwickelt sich der Kredit jetzt, wenn sie mit dem gesamten Geld die Restschuld tilgen? Die Laufzeit des Kredits verkürzt sich auf gut 13 Jahre. Das ist allerdings so kurz, dass die 20 Jahre Sollzinsbindung unnötig erscheinen. Wenn die beiden schon vor Kreditabschluss mit den Sondertilgungen kalkuliert haben, könnten sie die Sollzinsbindung halbieren auf nur 10 Jahre. Der angebotene Zins sinkt dadurch von 1,68 auf 1,14 Prozent, was zu einer Monatsrate von nur 1.516 Euro führt, mehr als 200 Euro weniger als davor. Die gesamten Zinszahlungen sinken bis auf 39.644 Euro, also ziemlich exakt 100.000 Euro weniger als davor. Ein Problem bleibt uns aber. Ein Teil des Geldes war gedacht für größere Anschaffungen und Notfälle. Bei größeren Anschaffungen ist das kein so großes Problem. Wenn die Anschaffungen nicht sofort getätigt werden müssen, können die beiden ein oder zwei Sondertilgungen auslassen und haben wieder genügend Geld auf dem Konto, um auch größere Kosten zu schultern. Aber nicht alle Anschaffungen lassen sich so lange aufschieben. Das Auto kann einen Totalschaden haben, eine medizinische Sonderbehandlung nötig werden oder das Dach bei dem gerade neu gekauften Haus wird direkt undicht. Um solche Ausgaben schultern zu können, ohne zusätzliche Zinsen zu zahlen, brauchen die beiden nicht viel, nur zwei Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Kreditkarten funktionieren meistens so. Alles, was ihr bezahlt, zahlt ihr zuerst auf Kredit. Der wird euch gewährt von eurer Bank oder der Kreditkartengesellschaft selbst. Einmal im Monat wird der Kredit mit eurem Bankkonto ausgeglichen, bis dahin entstehen noch keine Kosten. Wenn der Kredit aber nicht direkt bezahlt wird, werden Zinsen verlangt, die bis zu 20% pro Jahr betragen können. Der Kreditrahmen einer Kreditkarte beträgt üblicherweise drei Monatsgehälter. Bei unserem Beispielpaar also über 16.000 Euro. Sagen wir also, das Dach ist undicht geworden und ihr habt das erst festgestellt, nachdem ihr gerade eine Sondertilgung geleistet habt. Auf dem Konto ist also kein Geld mehr. Die 12.000 Euro Reparaturkosten bezahlt ihr dann mit der ersten Kreditkarte. Zum Abrechnungstag sind dann aber immer noch keine 12.000 Euro auf eurem Girokonto magisch aufgetaucht. Dann nehmt ihr eure zweite Kreditkarte, um den Betrag auszugleichen. Das geht aber nicht so leicht, ihr könnt nicht direkt eure Kreditkartenschulden mit der anderen Karte begleichen. Normalerweise ist eine Kreditkarte mit einem Girokonto verknüpft. Bei manchen Anbietern könnt ihr von der Kreditkarte Geld auf dieses Girokonto verschieben und von diesem Girokonto dann den Betrag auf das mit der ersten Kreditkarte verknüpfte Konto überweisen. Manchmal kann man sogar direkt von der Kreditkarte auf ein Fremdiskonto überweisen. Das kostet aber dann Gebühren. Bevor ihr die Kreditkarten beantragt, fragt also auf jeden Fall bei der Bank nach, ob ihr Geld von eurer Kreditlinie auf ein Girokonto überweisen könnt und ob das Gebühren kostet. Wenn die zweite Karte dann ihre Fälligkeit erreicht, dreht ihr das Ganze wieder um, sodass ihr auf keiner Karte länger als einen Monat im Minus seid. Das könnt ihr so lange machen, bis ihr die Kreditkartenschulden wieder aus eurem laufenden Gehalt gezahlt habt. Und selbst wenn ihr mal noch höhere Kosten habt, als Hauseigentümer wird eure Bonität von den Banken hoch eingeschätzt und ihr bekommt selbst auf einen normalen Ratenkredit niedrige Zinsen. Wenn ihr also in den 13 Jahren Kreditlaufzeit wirklich einmal überraschende Kosten von 40.000 Euro schultern müsstet, wäre es immer noch günstiger, das Geld dafür extra zu leihen, als auf dem Sparkonto für solche Gelegenheiten bereitzuhalten. Kommen wir zu der wichtigsten Frage. Ist es überhaupt klug, den Kredit so schnell abzubezahlen? Für Menschen, die großen Wert auf Sicherheit legen, kann das auf jeden Fall die richtige Sache sein. Manche Leute schlafen schlechter, wenn sie wissen, dass sie bei der Bank mit 500.000 Euro in der Kreide stehen. Aus rein finanziellen Gesichtspunkten raten wir aber eher davon ab. Die Zinsen sind derzeit historisch niedrig und bleiben es vermutlich auch noch eine Weile. Die 20.400 Euro im Jahr könnte unser Beispielpaar statt in die Sondertilgung auch in eine andere Geldanlage stecken, die mehr Rendite versprechen. Wenn man das Geld etwa am Aktienmarkt anlegt und nur eine sehr konservative Wertsteigerung von 4% im Jahr erreicht, hätte man am Ende der 30 Jahre zwar 100.000 Euro mehr Zinsen für den Immobilienkredit gezahlt, aber auch 600.000 Euro Wertsteigerung am Aktienmarkt erzielt, also 500.000 Euro Reingewinn. Oder um es noch einfacher zu sagen, jede Wertanlage, die einen höheren Gewinn verspricht, als der Kredit an Zinsen kostet, lohnt sich eher, als den Kredit früher abzubezahlen. Und bei den Kreditzinsen von unter 2% ist das momentan leicht zu finden. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Habt ihr zurzeit einen Immobilienkredit oder überlegt, einen aufzunehmen? Würdet ihr Sondertilgungen leisten oder seid ihr auch der Meinung, dass das nicht immer so schlau ist? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier weitere Videos von uns und könnt unseren Kanal abonnieren für mehr Tipps rund um Versicherungen, Finanzen und Altersvorsorge. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video. Wirkliche. Untertitelung des ZDF, 2020